Wissen Sie, wie viele Tätigkeiten heute durch Roboter ausgeführt werden? Ob in der Pflege, im Militär, in der Forschung, in der Industrie. Menschen werden immer älter und es gibt keine Alternative zu Robotern in der Pflege oder auch in Atomkraftwerken. Die Zukunft hat bereits begonnen. Google kauft Startups im Robotikbereich am laufenden Band. Im Jahr 2013 alleine haben die Unternehmen Amazon, Apple, Facebook, Yahoo und Google über 65 Hightech-Startups gekauft und integriert. Nest wurde vier Jahre nach der Gründung für 3,2 Milliarden Dollar von Google gekauft. Nur zwei Jahre nach der Gründung wurde Oculus VR gekauft für 2,4 Milliarden Dollar. Alleine ein Businessplan von Savioko ist Google 2 Millionen Dollar wert. Was ist der nächste Schritt? Man kann zusehen, wie sich die Welt verändert oder ein Teil davon sein. Willkommen bei AI Technology. Wir helfen, die Welt zu verändern. Hallo, mein Name ist Ruhr-Dolp. Ich kann etwas, was du nicht kannst. Ich bin der Standvater einer neuen Generation von humanomischen Robotern. Innerhalb neun Monaten in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern aus der Industrie und Hochschule bin ich entstanden. Über 40 Personen, Ingenieure, Biologen, Professoren und Studenten aus sechs Nationen haben an mir unter der Leitung von Professor Rolf Pfeiffer gearbeitet. Roboy begrüsst seinen geistigen Vater, Rolf Pfeiffer. Neun Monate ist Roboy jetzt alt und er muss noch viel lernen. Neu an Roboy ist, dass wir versucht haben, nicht nur das äussere Erscheinungsbild eines Menschen nachzubilden, sondern dass wir versucht haben, die innere Struktur, also die Knochen, die Gelenke, die Muskeln und die Sehnen ebenfalls nachzubilden. Biologen und Ingenieure haben an ihm gearbeitet, Informatiker und Biomechaniker. 40 Personen aus sechs Universitäten weltweit und verschlungen hat er bisher über eine Million Franken. Roboy steht für Innovation und Liebe zum Detail. Roboy ist weltweit eine Attraktion und überall beliebt. Roboy füllt die Herzen und Zeitungen in aller Welt. Entscheiden Sie sich noch heute, denn Roboteraktien performen bis zu 498%. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Köidenten Sie sich noch heute,, bis zum nächsten Mal. Ich habe noch heute, ran Sie an die Plastik-A ciepare. Es ist tiefere Abkorten, da kommen Sie sich noch weiter ab und handeln. Ich möchte bitte viel weiteren Verbindungen vonACT-Maßnahmen TBON Holo und Kom Kongo ist bei einer Pixogaktaufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal.